Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer Folge Rocket League. Mit mir dabei ist aber leider nur der Dominik. Aber das reicht mir leider. Das reicht auch. Hey, lass mich doch mal ausreden. Weil es hat einfach keinen Bock auf mich. Das hat keiner gesagt. Weil der Puck. Wir spielen heute schneefrei mit so einem Puck, mit so einem Eishockey-Puck. Boah, er ist einfach AFK und ich bin der Puck. Ich schwöre, Alter, bei dem... Also ich habe hier jetzt eins aus dem neuen DLC. Ich weiß gar nicht, wie das nochmal hieß. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht... Ja, ich bin in der Mitte. Ach, schade. Der war ein bisschen scheiße gespielt. Ich fahre Richtung Tor. Brauche ich gar nicht. Doch. Mach mal. Oh, shit. So, Swap ist jetzt bei uns, aber Swapy. Mal sehen, ob Swapy ein bisschen besser ist. Boom! Was? Ich fliege in den Luft. Der haut den Puck weg. Swapy! Was macht er denn? Nein! Ähm. Okay. Bitte was? Warum fährt der denn? Oha. Ist, ähm... Wieso ist er denn zurückgefahren? Ist alles PSI, Net? Sind das alles Bots? Nein. PlayStation. PSN. Ach, die über die PlayStation spielst du mit uns zusammen, oder? Das heißt, theoretisch könnte Janik auch mit uns spielen, oder wie? Theoretisch schon, aber das geht nicht so, dass man dann zusammenspielen kann. Ach, die connecten dann selber und... Ja. Auch nicht, wenn ich jetzt ein Freundschaftsspiel oder sowas machen würde? Ja. Auch nicht so. Also... Das wäre natürlich richtig geil, wenn es... Bis jetzt jedenfalls auch nicht. Nein, verdammt, vorbeigefahren. Ich nicht. Ich hab die jetzt mal ein Stück weggeschubst. Achtung, da kommt einer auf dich zu. Ja, schön. Schön. Oh, nein! Ich glaube nicht, dass du den noch reinbringen kannst. Oha. Ups. Der fliegt mir die falsche Rechte an. Der fliegt aber rüber, der fliegt aber rüber. Der hat wieder aber getrudelt ist. Ja, komm, Pukki. Jawohl, Pukki hat sie Macht. Pukki holt den weg. Und jetzt! Rein da! Nice, Dominik! Muss ich sagen, guter Schuss. Da hat der Dominik gut reagiert. Voll ich glaube, der wäre auch so reingegangen. Ah. Kann man das so nicht sagen. Ich darf bei dem Ding nicht springen. Aber wie soll man das sonst machen? Am Anfang springen und dann? Nee, ich glaube gar nicht. Ich lasse das einfach. Also da habe ich noch nichts draus. Oh, sorry. Sorry, Pukki. Oh. Schade. Verrückt, sie hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Volli-Treffer, ich habe gar nichts gemacht. Du hast den an der Wand berührt. Aber du spielst hier so ein bisschen Eishockey wirklich, weil du kannst den Ball ein bisschen führen. Der ist nicht so krass wie ein Fußball. Finde ich. Aber kann auch nur Einbildung sein, weißt du? Einbildung ist ja auch eine Bildung, denkt man immer. Alle sechs und keiner kriegt die. Oha. Hat es... Haben die Räder eigentlich eine Auswirkung auf den... Auf den Schlafverhalten? Du, Dick! Das war einer! Warum bist du denn dazwischen? Oh nein! Oh nein! Da warnt der Geier an und dafür... Ja, ich hatte Nitro, ich wusste nicht, ob jemand hinter dir ist, deswegen würde ich... Aber beim nächsten Mal lass ich es dir, sorry. Sorry, sorry! Weit, weit weg. Irgendwas habe ich gerade für eine Erfrungstelle freigestaltet. Weiß ich aber gerade gar nicht. Was will er rein? Katapultieren wir ihn mal über... So, okay. Dann halt so. Okay, macht das schon. Hä? Kann man hier keinen zerstören? Doch, aber das ist schwerer nur. Oh, Daniel! Ich hab den schon weiterfliegen gesehen, dass du den nicht bekommst. Ja, ich auch. Muss ich sagen, ich auch. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt aber übers Tor. Sollte doch kommen, wohin er will, Alter. So lange er nicht auf mir kommt. Sehr schön, Daniel. Erstmal schön in die Mitte. Jawoll! Oh, was! Oh, so knapp! Oh, was! Sehr schönes Tor! Geil! Oh, das war so ne Geile. Ich dachte, der geht richtig rein. Aber dann macht er ihn rein. Hahaha! Geil, ey! Nice! Da ist er bald Kontakt. Das ging in die falsche Richtung. Alter, ich drehe mich die ganze Zeit um den Ball gerade. Oh, den hat er geil ausgetrickst, so ein bisschen. Aber er hat es dann halt nicht mehr bis zum Ende geschafft. Oh, wir haben ihn ein bisschen gequetscht. Boah, hat er mich wieder genatzt. Schön, Daniel. Schön mit... Entschuldigung, dass ich dich weggedrückt habe. Nee, war gut. Oh, der hat er ihn gerettet. Oh! Der hat er ihn gehabt. Oh nein! Nein, 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 nein! Oh, super, Daniel. Sorry! Ahhhh! Ahhhh! Er zieht mich jetzt mal voll weg. Nein! Ich bin mich gerade ein bisschen... Wer schreibt mich dann... Was nehmt ihr auf, Pascal? Ja, wir nehmen Rocket League auf Pascal. Ohhhh! 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 Schade! Ohhhh! Schade! Ionengrün! Ich antworte mal Pascal. Hm, nicht. Rocket 3! So. Revanche abstimmen, ja. Wie lange das hier einfach dauert bis zum nächsten Match, warum? Ja, ich hab auf Brei gedrückt. Achso! Oh, sorry. Ich bin Tom. Hey, irgendwie sieht das Auto schon geil aus, ne? Da jetzt fahr' ich das nächste Mal. Ohhhh! Pucks an die Macht. Nein! Daneben gefahren! Sorry! Ohhhh! Pucki hat's gemacht! Erstmal hab ich ihn zerstört! Haha! Pucki! 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 Weißt du, Pucki ist aber der geilste. Wieso? Der ist über mich rüber geflogen. Das ist nicht... Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Bitte! Ohhhh! Geil gerettet von ihm! War da halt wirklich. Schön genutzt. Äh... Ja, aber jetzt mach' ich dir den falschen Richtung! Schön! 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 Schöner Kampf gewonnen! Äh... Äh... Mann! Ich zieh' aber langsam! Schön gerettet! Sehr schön gespielt! Jawoll! Das ist ein Tor! Von hinten kommt aber keiner! Jawoll! 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 Einfach so richtig die Chance genutzt, weil alle drei vorne waren! Boah! Ist der mit dem Tor? Nein! Ich bleib, ich bleib, ich bleib! Oh! Oh, du machst'n Karamboulage! Ich war gerade die ganze Zeit noch voll drauf! Daniel! Was? Ich mag das doch so mit dem Rammeln und so! Ich... Oh nein! Oh nein! Ich häng' fest! Du, denk mal! Was ist denn da? Du! Wir haben ein bisschen den Pfosten begutachtet, ob der genau spricht! Achso! Achso! Da, der! Ach, schade, den hat der gute Ressort! Ein bisschen weiter weg! Errungenschaft freigeschaltet, so weit, weit weg! Oh, das hab' ich auch gerade eben freigeschaltet! Nice! Ich bin dran vorbei gefahren! Schon wieder! Haha! Oh! An mir kommt heute keiner vorbei! Oh! Nicht während meiner Schicht! Nein! Ja! Ja! Jawoll! Sehr schöner Schuss! Oh, war das knapp! Ja, hast da aber mit Kampf reingedrückt! Aber von hinten kam ich da schon angerutscht! Ja! Guck dir das also! Nein! Du gehst rein! Heute nicht! Heute bestimme ich, was hier passiert! Oh! Sehr schön! Der ist schon bei ner richtigen... Falsche Richtung! Ah, ich hab ja erstmal den Angriff abgewehrt, aber er hat noch nicht safe gemacht! Sehr schön! Jetzt ist er safe! Oh! Okay! Und dann! Und dann! Dann! Und dann! Und dann... Oh, hat er nicht. Er hat mich geschubst. Aber, warum tut er sowas? Oh, das war richtig schön. Das war gerade schon. Dagegen gerammt. Hat er nicht, 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 hat er nicht. Oh, shit. Oh, nochmal. Irgendwie kommen die mit dem Puck nicht so klar. Oh, geiler Schuss. Ich habe nichts gesagt. Ich wollte gerade sagen, irgendwie kommen die mit dem Puck nicht so klar. Aber... Gut. Da hat er sich gegönnt. Der war nicht schlecht, also so schnell konnte ich gar nicht reagieren. Ich bin Tor. Wie so ein Flippertisch war das gerade, habe ich mich da immer gerade durchgenutzt. Nein, falsch hast du. Boom. Komm doch, Nick. Nein, nur ich war... Der ist... Ja, der rückt einfach wieder. Ja, dann, die macht es einfach. Alter, das ist geil. Da ist schon wieder so... Nein, du gehst gerade. Kann man sich mal gönnen? Ich bin Tor. Einfach mal eiskalt 630 Punkte, hat der Kerl schon 1,30 vor Schluss? Das wäre noch mehr. Ja, ich weiß. Aber irgendwie mache ich hier gerade nur Scheiße. Daniel! Dein Ball! Fuck! Das ist kein Ball, ich wollte gerade sagen. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Ne, daneben. Ja, das Ziel muss gelernt sein, ne? Ui. Nein! Was war denn das von mir? Ich mache gerade eigentlich nur Scheiße. Ich habe den einen weggerammt, dass der nicht... Haha, der ist erstmal ein bisschen weiter hinten. Oi, 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 oi. Daniel! Hat Pucki gemacht. Oh, Pucki! Mensch! Gucken wir Pucki an. Pucki fährt! Pucki fährt! Wo ist der Puck? Ach, da! Und? Haut ihn rein! Oh, Pucki! Lol. Sorry. Ja, gut, das... Easy, noch ein Tor, Dani, komm. Hopp, rein. Guck dir das an! Guck dir das an! Ich habe den reingeschoben! Ich habe den einen Spieler reingeschoben! Guck dir das an! Die sind da so, ich schieb den da rein. Oh, nee, ich dachte, der wäre da reingeschoben. Der ist ja weggesprungen. Puckis Turm. Oh! Daniel! Dominik! Was soll ich denn da machen? Machst du einfach! 940! Kaum 1000 Punkte sind noch drin! Alter, wie krass du einfach abgedeckt rückst! Komm, wir überspringen das jetzt, ey! Let's get slow! Kaum 1000 Punkte sind noch drin! Alter, wie krass der, krass der war drauf, ist das dein Match? Wo hab ich denn jetzt gerade ein zerstört? Na, 1000 Punkte hast du doch jetzt, oder? Nein! Da kriegst du keine Punkte für? Nein! Oh, 10 Punkte! Oh, shit! Ich kann schau mal nicht mehr! Na komm, abwehren! Abwehren muss noch! Ne! Na gut! 940 Punkte! Ohohoho! 940 Punkte! 1040! Wegen bester Spieler! 1000! Haha! Oh nein, über 1000 Punkte! Get direkt! Haha! Alles klar, ein Spiel geht noch! Haha! Alles klar, einfach mal so! Weee! Oh, guck mal, ich bin falsch! Buh! Und ich hab irgendwas auf... Boah, ich hab irgendwas aufs Dach gesetzt! Woh, 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 woh! Woh, 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 woh! Wir haben gerade noch Spieler suchen, deswegen! Jo! Er fliegt! Und er fliegt! Ok, Dominic, ich mach jetzt nach vorne und du musst ein orangenes Tor reinmachen! Ich mach ne Vorlage! Wow! Alles klar, wir sind blau! Waren wir das hier eben auch? Ach ne, wir waren eben orange. Anticon, die Anticon Pocky war cooler. Pocky war cooler. Pocky, wo ist Pocky abgeblieben? Oh, meine Güte. Server EU, 49 Octane, ja, also wenn ihr uns nachvollziehen wollt. Witzig, wenn das Spiel, keine Ahnung wann, rausgeschaltet wird und wir sind gerade am Aufleben. Ein Tag vor Neujahr. Moment, ein Tag vor Silvester, guten Morgen. Einen Tag vor Silvester? Morgen ist der 31. Ich hab grad geschlafen. Da haben die grad ganz schön uns genutzt in den ersten paar Sekunden. Was hast du denn gemacht? Ich will auch mal Boost holen, aber ich bin teuer. Diesmal pass ich auf. Äh! Wie krass die einfach sind. Allerdings sind das für Bestien. Wird sein, ich fick uns richtig hart in Grund und Boden. Vor allem sind das alles Anfänger. Ähm, weiß ich nicht. Na laut Ihrem Ring. Wir sind Anfänger. Ja. Ja, wir sind ja sowieso Anfänger, weil wir sind scheiße. Aber... Achtung von hinten, jawoll Daniel! Das ist Aufgabe! Wuii! Wuii! Jawoll! Das ist aber ein torreiches Spiel. Wurzsackalacka! 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 Was ist gar nicht wo der is. poverty. Ich bin jetzt fast schon komplett zurück gewesen. Jawoll! Komm, mach den nochmal weiter. Nein! Daniel! Ach schade! Mench! Ai해! Schade! Schade! Nein! Nein! Alter, das ist... Alter, ist das Spieltor reich. In der ersten Minute, vier Tore. Und die müssen wir jetzt aufholen. Boah, das war so schade, das Spieltor. Und eigentlich konntest du neben dir. Boah, das war der letzte Bastard-Scheiß, den ich jemals gespielt habe, ever. Boah, schon wieder vorbeigefahren, ey. Also, das erste Spiel war mein Spiel, und das zweite Spiel ist deins gewesen, und jetzt bin ich einfach komplett drauf. Sind wir im Arsch. Ich bin Komponobel, weil alles Gute Komponobel! Nein! Schon wieder so ein fuckackter Scheiß! Wurde es gerade zerstört. Ja, ich habe meinen Controller losgelassen, weil ich mich geärgert habe. Ah, schade. Äh, die Spieler regen mich aber auch irgendwie ein bisschen auf. Wer den kommt halt kein Puck durch. Die spielen das never das erste Mal auf dem PC, also, ne, never das erste Mal Rock League, vielleicht haben sie auf der Playstation oder sowas. Gibt es das eigentlich auch für die Xbox, oder ist das ein Playstation-Oni-Titel-Vokontrolle? Nein, es gibt auch, glaube ich, für Xbox. Weil ich hab das bis jetzt immer nur... Ne, im Moment, Playstation, glaube ich nur. Oh! Wiii! Da kam der Dings noch von hinten. Oha! Ich bin ein Tor. Ich bin ein Tor. Verteidig mir immer richtig schlecht, wenn die von der Seite kommen. Hm. Die kann ich einfach absolut gar nicht verteidigen. Ja, ne, heute nicht. Ey, was ist denn das? Ich halte mich ja gar nicht fest, da. Ich treff den halt nicht. Junge, geh neben mir auf den Sack. Weil wir wollen dann auch ganz so viel. Ooooooh! Ey, die sind nur am zerstören, Mann! Das sind Riss hier direkt. So, Mitte, 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 Mitte! Ja, ich bin ganz hinten. Sorry, aber ich war ganz hinten. Ja, ich hab... Ab dem hab ich so schön rausgespielt. So schön. Dann kommt... Weißt du, Pukki hat's gemacht. Zick nur an Antikon. Alles nur an ihm. Er ist schuld, als der Scheiße sind. Pukki hat uns ge... ...hat uns ge... carried. Nein, das sind einfach nur Drecksgegenhalter. Die zerstören uns die ganze Zeit und so. Pukki hat einfach die Mentalität gegeben. Weißt du, Pukki war einfach der Größte. Was? Schön. Antikon macht das aber auch so, weißt du? Er ist einfach auch so ein Bastard-Gegner. Achso, ihn will ich auch nicht als Gegner haben. Was ist denn das? Ja, ich fahr die ganze Zeit nur noch rum. Weil ich nicht, weil ich da sonst dran komme. Oh, was war das? Ich hab mich irgendwie grad voll krass geboostet. Noch ein Minute, alles klar. Haben sie gewonnen. Nein, haben sie nicht. Ja, Daniel macht jetzt ein Tor, so wie immer. Oh, nein! Oh, nein! Wo war das? Ein Torschuss? Oh, jetzt wieder... Wieder... Wieder dieser Ball und ich mach wieder den gleichen Fehler! Ey, ich krieg den nicht, Mann. Ja gut, das war's glaube ich schon. Oh, noch drei Sekunden. Drei Sekunden, zwei Tore bei den Gegnern. Arrivederci! Nein! Ich hab ihn falsch getroffen! Also, wir haben wirklich Chancen gehabt, aber wir haben die falsch nicht genutzt. Yep. Das war's. Jo... Gut, dann machen wir doch mal eben, bitte. Noch ein Ehrentor. Nicht für die! Na gut. Nicht für die! Oh, Weihnachtsgeschenk als Antenne. Nee, Weihnachten ist vorbei. Ja gut, ich würd mal sagen, das war's auch heute mit der Folge von... Rokit League! Und ich würd einfach mal sagen, gebt ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal! Ein Däumchen wäre ein Träumchen.